Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Halleluja. So, in der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Die Wahrheit, wenn man die Wahrheit also annimmt, die Wahrheit wird uns frei machen. Halleluja. Herr, danke für diesen Moment. Danke für dein Wort. Danke, Joshua Maschia, dass wir dein Wort weiter verbreiten dürfen. Danke für die Kraft, Joshua Maschia. Danke für deinen Geist. Halleluja. Herr, leite mich und führe mich in dein Wort. Halleluja. Amen. So, ich möchte uns also alle heute ermutigen, mit Joshua Maschia weiterzugehen und in der Wahrheit zu bleiben. Es ist ganz klar, dass, also wenn man die heutige Gemeinde mit der Bibel vergleicht, es ist schwer, also wirklich, also die Wahrheit da drin zu finden. Weil heute werden also viele falsche Lehre verbreitet und es ist auch schwer, echte, wahre Christen auch zu finden. Ich sage nicht, also dass wir, dass ich perfekt bin, nee, aber es geht darum, dass man sich also mit dem Wort des Herrn vergleicht. Nicht die Überlieferungen oder Traditionen von Menschen, sondern die Traditionen aus der Bibel. Traditionen, die mit der Wahrheit des Herrn verbunden, die die Wahrheit des Herrn, also weiter verbreiten. Aber heute gibt es also Philosophie, gibt es also Lüge, falsche Lehre und, ja, und deswegen sagen wir zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Halleluja. Aber wie sollen wir also zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia oder einfach das Evangelium weiter verbreiten, also wenn die Leute Angst haben, wenn die Leute das Wort also nicht weitergeben. So, in der Bibel steht, in der Bibel steht, in Römer, gehen wir mal, also in Römer Kapitel, Römer, Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1, wir nehmen, ich nehme lieber, Schlacht da einfach, also, in Römer Kapitel 1, ab Vers, sagen wir Vers 16, genau, ich mache das ein bisschen größer, Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1, Vers 16, da steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. So, wie sollen also überhaupt die Leute die Wahrheit erfahren, also wenn wir, wenn das Evangelium, dieses Evangelium ist, also freie Botschaft, freie Botschaft also, dass Joshua Maschia für uns gestorben ist, dass Joshua Maschia ans Kreuz für uns gegangen ist, für unsere Sünde, dass Joshua Maschia, Jesus Christus, unser Herr und unser Gott, unser Elohim ist, unser Retter ist, diese frühe Botschaft, also wird nicht mehr verbreitet, weil einfach die Leute sich also von dieser Botschaft schämen. Warum schämen sie sich? Also weil die Welt komplett anders geworden ist. Die Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu verbreiten, die Wahrheit über Joshua Maschia weiter zu verbreiten, ist also schwer in dieser Welt heutzutage. Ja, wenn man die Wahrheit weitergibt, also erstmal, nicht nur, nicht nur überall, wohin wir gehen, sogar in die sogenannte christliche Gemeinde. weil jeder in seiner Gemeinde macht, also was seine Gemeinde sagt. Oh, weißt du, in unserer Gemeinde ist es so, bei uns ist es so, bei uns ist es so. Bei uns in Bayern, bei uns in NRW, bei uns in Berlin, oder bei uns in Norddeutschland, oder in Süd, oder ja, jeder, also überall, diese Gemeinden, diese, diese, diese Orten, und sowas, diese, die haben alle ihre Acht und Weise, wie sie das Wort des Herrn sehen. Aber das ist nicht so, was die, was das Wort sagt. Also es gibt eine Wahrheit, Joshua, Maschia, Jesus Christus ist die Wahrheit. Halleluja. Und die Leute schämen sich, also das zu sagen, dass Joshua der Retter ist. Zu sagen sogar, dass Joshua der einzige Weg, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das zu sagen, heutzutage, es ist blödlich hart geworden. Die Christen fühlen sich also so schwach, dass sie nicht mal also diese, diese Wahrheit verbreiten können. Die Sünde als Sünde zu nennen, ist also so schwer geworden. So schwer geworden, weil die Menschen sich einfach schämen. Die Christen schämen sich. Also die Bibel sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Aber er sagt hier, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Halleluja. 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 Jeden, der glaubt, jeden, der an Joshua, Maschia glaubt, es ist Errettung. Errettung. Okay. Sag mal. Du wurdest also, jetzt rede ich, also ich spreche also zu den Leuten, die sich also als Christ bekennen. Weil, Christ sein, also wie, die Definition von einem Christen ist also jemand, der an Joshua, Maschia glaubt. Halleluja. Er folgt Joshua, Maschia. Er lebt nach seinem Wort. Also ein Christ folgt das Wort von Joshua, Maschia. Folgt Christus, der Messias. Und man wurde gerettet. Sonst würde man überhaupt nicht also Christus folgen. Also man folgt Christus, Joshua, Maschia, weil man gerettet wurde. Es ist eine Freude, oder? Es ist eine Freude, diese, also gerettet, gerettet zu werden. Und was passiert? Jeder, also viele, nehmen diese, diese Rettung nur für sich. Wollen das nicht verbreiten. Wollen das nicht also weitergeben. Wollen das nicht, die wollen einfach nicht, dass die Welt es sieht. Sieht also, dass man gerettet wurde. Nein, das behält man für sich. Oh, damit meine Nachbarn, meine Freunde, meine Bekanntschaft, also alle, die mich kennen, nein, nein, die dürfen das nicht wissen. Die dürfen überhaupt nicht wissen, dass ich mich geändert habe. dass etwas in mir passiert ist. Nein, 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 nein. Angst, die schämen sich. Man schämt sich. Und Joshua sagte sogar, so wer sich, also mich, wer sich, also mich schämt, also werde ich mich auch von meinem Vater schämen. Was erwartest du, Bruder oder Schwester, was erwartest du? Schämt sich, man schämt sich, also Joshua auszusprechen. Es ist, also, wie sagt man das, also du hast etwas, eine Wahrheit. Du, du wurdest also von der Wahrheit, also die Wahrheit hat dich, also befreit. Es ist eine schöne Sache, so eine Freude. Und diese Freude willst du nicht mal, also mit Menschen, mit, mit anderen Menschen, also teilen. Das behältst du, also nur für dich. Halleluja. Ah, Joshua Maschia. Also Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Halleluja. Halleluja. Der Gerechte soll also aus Glauben leben. Es gibt da so eine, in Lukas, Lukas Kapitel, wo ist das noch? Ich glaube, Lukas Kapitel 6. So, wie mal, Lukas Kapitel 6. Ist das 6 oder 8? Das muss ich mal finden. Muss ich mal finden. Halleluja. Kleinen Moment. Ich glaube, ne, Lukas Kapitel 8, oder? Das ist Lukas Kapitel 8. Dieses gleich nicht. Das ist, Lukas Kapitel 8. Kapitel 8, Vers 16, glaube ich. Ja, genau. Ich bin immer noch ein Römer. Kein Wunder, dass ich das nicht gefunden hatte. Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8. Dann weiter. Genau. Das Licht auf dem Leuchter. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt aus, er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Halleluja. Halleluja. Joshua sagt also in seinem Wort, dass wir das Licht der Welt sind. Und hier in diesem Gleichnis, also sagt Joshua, diese Lehre, sagt er, niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß. Das Licht hier sind wir. Das Licht hier ist auch das Wort. Halleluja. Halleluja. In anderen Übersetzungen steht auch Lampe hier. Eine Lampe. Du bist das Licht, Bruder. Du bist das Licht, also Schwester. Warum versteckst du also dieses Licht? Du lebst, man sieht also Leute, die leben nur, ihr christliches Leben, nur in der Gemeinde. Oh, wenn die Geschwister da sind, dann können sie von Jesus erzählen. Oh, Jesus hat das für mich getan. Jesus hat das für mich getan. Aber mit Familienmitgliedern, mit bekannten Freunden und sowas, nein, 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 da wird einfach gesagt, nee, ja, die Stadt hat also das für mich getan. Der Arzt hatte das und das für mich getan. Aber unter Geschwister im Herrn, man sagt, nein, der Herr hat das für mich getan. Joshua hatte mich also geheilt. Aber wenn Menschen, wenn andere Leute da sind, die kein Christ sind, man sagt einfach, nö, der Arzt, diese Medikamenten haben das und das und das für mich getan. Man schämt sich, von Joshua Mashiach zu erzählen. Du kennst die Wahrheit. Ich hatte einmal so ein Gespräch mit einem Bruder, also jemand, also ein Christ, und er sagte, ja, ich bin, ich gehe in diese Gemeinde, ja, ich weiß, also, dass die Gemeinde da, die Wahrheit nicht kennen, also nicht die ganze Wahrheit, aber ich bin dort, damit, damit der, der mir so irgendwie, Gelegenheit gibt, diese Leute die Wahrheit zu sagen, zu geben. Aha, okay, wie lange bist du überhaupt da drin? Dann werdet ihr also sehen, die sind da so ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre in dieser Gemeinde, wissen die Wahrheit, kennen die Wahrheit, und sind da drin, die wissen ganz genau, dass viele Dinge, die da drin, also laufen, also überhaupt nicht, also mit dem Wort zu tun haben. Nein, aber die sagen, nee, 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 ich bin da, weil der Herr, der Herr hat gesagt, ich soll also da, da bleiben, ähm, ja, ähm, bis ich, irgendwann mal, Bruder, die Bibel nennt das also sowas wie, du, ähm, du, du, du machst mit, du machst also Kompromissen, du, du bist also, wie sagt man das also, du, du tust die Sünde, du, obwohl du die Wahrheit kennst, du kennst die Wahrheit, statt die Wahrheit zu geben, bist du da drin, und denk, glaubst, dass du, von drinnen, das ganze, das ganze System verändern kannst? Äh, 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 ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann überhaupt nicht, da sitzen, also, ich weiß zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, also, äh, Zente geben, ist, es ist in der Bibel, aber, ähm, man muss das nicht mehr. Wenn ich irgendwo sitze, in einer Gemeinde sitze, wo der Pastor kommt, und bringt, also, Malächer Kapitel 3, Vers 10, und sagt, also, bringt alle Zente, in, in Haus, äh, des Herrn, und wer nicht die Zente zahlt, ist verflucht, und, 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 es tut mir leid, ich kann nicht da bleiben. Entweder, werde ich also, ich rede mit den Leuten, aber, dass ich da bleibe, und weiter, und weiter, oder, 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 oder einmal, ähm, es gibt, in Orten, du weißt ganz genau, dass dieser Pastor seine Frau verlassen hat, und eine andere Frau geheiratet hat, und er predigt jeden Sonntag, er predigt jeden Sonntag, und du sitzt da drin, und kennst die Wahrheit, weißt ganz genau, das ist falsch vor dem Herrn, und glaubst also, dass du irgendwann also mit ihm also reden willst, und sagen, okay, nehmen wir doch ein Beispiel, du bist in einer Gemeinde, du weißt ganz genau, dass, ähm, Maria Anbetung, Maria Anbetung, falsch vor dem Herrn ist, das ist nicht in der Bibel, man soll nur Joshua Maschia anbeten, und sitzt da drin, du kennst die Wahrheit, aber nö, nö, irgendwann, wenn der Herr, der Herr wird mir also irgendwann mal so einen Weg geben, du willst also ein System, von drinnen verändern, du musst dich also erstmal retten, die Wahrheit aussprechen, und rausgehen, ähm, 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 und wisst ihr überhaupt warum, viele, die sich also in solchen Situationen also befinden, nicht rausgehen, wisst ihr überhaupt warum, weil viele von dem System auch profitieren, es gibt viele Pastoren, ich erinnere mich, also ein Freund von mir, ein Bekannte von mir, ähm, langes Gespräch also über, über, ähm, viele Dinge, die in der Gemeinde nicht richtig sind, wie zum Beispiel, ich sagte, kannst du bitte mal aufhören, die Leute zu sagen, kommt in dem Haus, das ist das Haus des Herrn, das ist das Haus des Herrn, und die Leute, wenn sie da drin kommen, die glauben, die denken also, dass diese Kirchengebäude das Haus des Herrn ist, und dort sind sie so, die, die, die führen so eine Heuschelei, heuschelische Leben, da drin herrscht, herrscht Heuschelei, in deiner Gemeinde, in dieser Gemeinde, in dieser Kirchengebäude, die führen sich also wie Heilige, aber zu Hause, wenn sie draußen sind, das ist nicht der Fall, weil sie glauben, weil die einfach glauben, dass dieses Kirchengebäude das Haus des Herrn ist, ich habe ihnen gesagt, schau mal, das Wort steht, es steht ganz klar geschrieben, es, das Haus des Herrn ist keine Kirchengebäude, das sind die Menschen, die an Joshua Maschia geglaubt haben, Halleluja, und du und deine Zehnte, da 10% immer verlangen, Geld, 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 ich sagte, Bruder, hör auf damit, aber nein, heute ist er so ein riesig, großer Pastor, so bekannt, und, 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 also, ja, die Leute, die Pastoren, die Bischöfe sind so, so wie Stars geworden, Götzendienst, aber nein, er wollte nicht, er kann nicht raus, weil er, er von dem System profiziert, er kriegt also seinen Lohn, Ende des Monats gibt es etwas, er wird bezahlt, also von der, von der Kirchengemeinde, er kriegt dieses Geld, und warum soll er die Wahrheit sagen, wenn er diese Wahrheit sagt, dann werden die Leute überhaupt, also, die Leute werden also weggehen, es gibt, das steht sogar in der Bibel, danke, Joshua, Maschia, für dein Wort, in, in Johannes, in Johannes, in Johannes Kapitel, Johannes Kapitel 12, Johannes Kapitel 12, das ist irgendwo ganz am Ende, Halleluja, Joshua Maschia, Johannes Kapitel 12, ich suche mal, Johannes Kapitel 12, das Volk verharrt in Unglauben, da ist so ein Vers, also Vers 41, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah, und von ihm redete, achso, das ist also der Vers da oben, aber Vers 42, doch glaubten sogar von den Obersten, viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, das heißt, es gibt Leute, die, also, diese Leute, die wussten, dass Joshua Maschia die Wahrheit sagte, die wussten, dass Joshua Maschia alles, was er gesagt hatte, die Wahrheit war, aber die hatten Angst, ausgeschlossen zu werden, Angst, dass man sie aus dieser Synagoge rausschmeißt, Angst, diese, wie sagt man, diese, diese Profit, diese, ähm, schöne Sachen, die sie von ihrer, sogenannten Gemeinschaft hatten, zu verlieren, das ist doch so, die Leute schämen sich, also, die Wahrheit zu sagen, damit sie sich nicht, also, ausgeschlossen fühlen, oh, wenn ich das sage, meine Freunde werden sagen, dass ich, oh, wenn ich so, wenn ich so, kennt ihr die Geschichte, also, von, von dieser, Johannes Kapitel 9, der, 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 der Mann, der blind war, der, geheilt wurde, Joshua hat ihn geheilt, und, die Leute haben, alle haben gesehen, oh, die wussten, dass dieser Mann, also, früher, früher blind war, und blödlich sieht er, er konnte sehen, alle konnte das sogar bezeugen, die Pharisäer sind gekommen, die haben so Druck gemacht, Druck gemacht, wer hat dich geheilt, wer hat dich geheilt, wer hat dich geheilt, aber er sagte die ganze Zeit, jemand hat mich geheilt, er sagte einfach, geh und wasch deine Augen, so und so, und ich kann, eins weiß ich, ich, ich konnte nicht sehen, aber jetzt sehe ich, und viele konnten das sogar, sogar bezeugen, Halleluja, Halleluja, viele konnten das bezeugen, aber, viele hatten auch Angst, sogar seine Eltern, aaaah, ja, 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 gehen wir, Johannes Kapitel 9, Johannes Kapitel 9, damit die Leute nicht, ah, der Bruder William da, der erzählt nur ein Schmarrn, oder irgendwas, Blödsinn, nein, Kapitel 9, ähm, Verhöhung, durch die Pharisäer, genau, also, die haben mich verhöhnt, also, die wollten viel von ihm wissen, ja, wer hat dich geheilt, wer hat dich geheilt, äh, und dann, die sind also zu seinen Eltern gegangen, genau, Vers 19, und sie fragten, sie sprachen, ist das eure Sohn, also, die, die, die haben Eltern gefragt, ist, und sie fragten, also, Vers 19, hm, Johannes Kapitel 9, Vers 19, und sie fragten sie, und sprachen, ist das eure Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er, ist er jetzt, ähm, ist er denn jetzt sehend? Also, er konnte jetzt sehen. Vers 20, seine Eltern antworteten ihnen, und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist, und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, hm, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst, er soll selbst für sich reden. Vers 20, sagt, warum die Eltern überhaupt so reagiert hatten. Vers 20, das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereinkommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Sogar die Eltern hatten Angst, ausgeschlossen zu werden. Ist das nicht der Grund, warum viele sich also schämen, das Wort des Herrn weiter zu verbreiten? Ist das nicht der Grund, warum viele sich schämen, das Wort des Herrn zu leben? Aber ein Grund auch ist, dass die Liebe in viele kalt geworden ist. Viele haben diese erste Liebe verloren. Viele sind also, wie sagt man das so, kalt geworden. Kalt. Die Sünde ist reingekommen und die Liebe des Nächsten haben sie auch verloren. Diese erste Liebe haben sie verloren. Dann haben sie Angst, ausgeschlossen zu werden. Statt die Wahrheit zu sagen? Nö. Da gibt es also Leute, die gehen also in Gemeinde, wo die wissen, wenn sie ihre Gemeinde mit dem Wort des Herrn vergleichen, dann sehen sie sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Ich erinnere mich, also als ich Christ geworden bin, ich bin, ich hatte, also diese Begegnung mit dem Herrn allein, dann habe ich mich, also da war ich noch Student, ich hatte, ich bin in meinem Zimmer geblieben. Keine einzige Christ oder sowas gesucht. Ich hatte monatelang die Bibel gelesen. Die Zeit mit dem Wort verbracht. Bibel, 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 ich hatte keine Gemeinde gesucht, keine, nur mit der Bibel. Wirklich. Die Zeit mit dem Wort. Und dann habe ich gesagt, okay, oh, William, du bist schon so ein Christ und so, ja, aber vielleicht, du brauchst eine Gemeinschaft. Wir brauchen alle Gemeinschaft, das ist klar. Das ist klar. Du brauchst eine Gemeinschaft. Such mal, also, irgendwelche Gemeinde, so, ich habe, also, Studenten, also im Studentenkreis, also Gemeinde gesucht und, und, und dann eines Tages hatte ich also eine Gemeinde besucht, aber diese Studentenkreise waren also kleine Gruppen, Hauskreisen und sowas hatte ich besucht und wir haben also immer das Wort ausgeteilt und so. Ich wusste nicht, also wirklich, was das ist, also, diese heutige Gemeinde, du gehst rein, da gibt es Musik und, 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 und dann kommt da so ein Pastor oder, und dann kommt da so, sie sind gepredigt und dann am Ende, das, ja, hatte ich nicht, also, am Anfang als Christ erlebt. Und dann habe ich also eine Gemeinde besucht. Ich bin reingegangen. Ich hatte mich so gefreut. Wow, Christen, wow, so viele Christen, es ist so schön. Und dann fangte ich an, also diese Gemeinde, diese, alles, was ich da sah, so mit dem Wort des Herrn zu vergleichen. Und dann war ich, warum das, warum das, und warum, zu viele Fragen, Bruder William, du stets zu viele Fragen und du störst, du nervst mit deinen Fragen. Also, glaub einfach. Nee, Nein, 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 und deswegen hatte, dann mit der Zeit, hatte ich also diese Verse, also von, diese berühmte Verse, also was ich immer, immer gebe, also in Epheser Kapitel 5, Verse, Kapitel 5, Vers 9, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. deckt sie viel mehr auf. Halleluja, das ist das Wort. Das ist das Wort. Ich wollte nicht mehr, äh, nein, ich wollte das nicht mehr, ne, du vergleichst das Wort, du vergleichst also die Gemeinschaft, äh, wir suchen keine Perfekt, Perfekt, nein, das meine ich nicht. Aber wir trakten, wir gehen alle Richtung Wahrheit. Aber wenn sowas passiert, also wie, was wir also in Römer Kapitel 1, also sehen, ah, Halleluja, wie in Römer Kapitel 1, Römer 1, also ab Vers 18, oh, hm, ab Vers 18, da steht, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeiten und Ungerechtigkeiten, Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Es gibt Leute, es gibt Gemeinden, es gibt Konfessionen, es gibt, es gibt also Gruppen, es gibt, die, 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 die behalten die Wahrheit, die, die halten die Wahrheit auf, durch Ungerechtigkeit. Und der Herr sagt also, dass sein Zorn, sein Zorn kommt vom Himmel, über alle Gottlosigkeiten und Ungerechtigkeiten der Menschen. Also, wenn du die Wahrheit aufhält, wenn du die Wahrheit nicht verbreitest, du hältst das auf, du deckst es, du deckst es zu, du liebst es nicht, du gibst es nicht weiter, vor allem, wenn man die Leute, vor allem, wenn die Welt es verlangt, vor allem, wenn die Menschen es fragen, verlangen, du hast dein Mund zu, du liebst es nicht, bist du verloren. Und deswegen sagt Joshua Maschia heute, du Buße, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, zurück zum Wort. Warum schämst du dich? Warum? Wieso? Ach, Joshua Maschia. Lukas Kapitel 8, zurück zu diesem Vers. Lukas Kapitel 8, wir beenden das also hier. Lukas Kapitel 8, Vers 16. Halleluja. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett. So, sondern, er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. also, steh auf, Bruder, steh auf, meine Schwester, steh auf und lass dein Licht, lass dein Licht, also leuchten. Leuchtet in deiner Familie, leuchtet in deiner Ehe, in deiner Familie, deine Freunde, überall, wohin du gehst, leuchtet. Verbreitet das Wort. Lebt die Wahrheit. wenn du die Wahrheit lebst und die Leute von dieser Wahrheit erfahren, so, und wenn sie diese Wahrheit annehmen, dann werden sie auch gerettet. Geben wir Jeshua Maschia weiter. Tun, sie sollen alles tun, das Wort zu leben. Wir sollen alles tun, das Wort zu verbreiten. Wir haben keine Zeit mehr. Die Welt geht zugrunde. Alles wird schlimmer, alles wird schlecht. Das Böse wächst. Die Dunkelheit wächst. Deswegen muss auch das Licht aufstehen. Alleluja. Alleluja. Deswegen müssen wir aufstehen. Das Licht soll auch aufstehen. Alleluja. Verbreitet das Wort des Herrn. Sagt die Menschen, dass Joshua Maschia zurückkommt. Er kommt für seine Gemeinde. Alleluja. Joshua. Unser Herr ist der Retter. Alleluja. Ach, Joshua. Ach, Danke, Herr, für dein Wort. Danke für alles, was du tust in unserem Leben, Joshua Maschia. Du bist der Allmächtige, Elohim. Herr, vergib uns, Joshua Maschia. vergib uns alle unser Vergehen. Vergib uns, Joshua Maschia, dass wir so oft, dass wir uns so oft geschämt haben, die Wahrheit weiter zu verbreiten. Dein Wort auch zu leben. Herr, hilf uns. Gib uns die Kraft, Joshua Maschia, dein Wort zu leben, dein Wort zu tun, mit dir weiterzugehen. Herr, du kommst für deine Gemeinde. du holst eine Gemeinde wieder. Bitte, Joshua Maschia, hilf uns, deine Wille zu tun. Im Namen Joshua Maschia. Amen. Amen. Amen.